Hallo liebe Erfolgsjäger, Susako hier. Heute mit dem Erfolg total verbuggt beim ersten Boss Nytendra im Smaragdgrün im Albtraum. Für diesen Erfolg müssen wir 15 Glimmkäfer zerquetschen und anschließend den Boss töten. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Wir spielen zuerst einmal Phase 1, denn wir haben im Grunde genommen immer zwei Phasen. Phase 1 steht der Drache, Phase 2 schläft der Drache. In Phase 2 kommen erst die Glimmkäfer, heißt also ganz normal Phase 1 runterspielen. Ja, ich weiß, mein Interface ist hier noch nicht optimal eingestellt, da war noch was, musste ich kurz danach den Kampf beheben, aber darum geht es nicht. Ja, Phase 1 ganz normal, Tank bringt seine Scheiße raus, geht wieder ran an den Boss, spielt das Ganze am besten im NHC. Da ist es am einfachsten, weil einfach diverse Bossmechaniken fehlen. Den Breath vom Drachen einfach ausweichen, ganz einfach hier. Die grün entstandenen Pfützen meiden, die machen sonst Schaden an euch, Tankwechsel hin und her, also alles relativ easy peasy. Und wie gesagt, ihr wartet einfach auf die Zwischenphase. Ihr seht hier, links und rechts sind jeweils Marks markiert, immer drei Stück. Wir haben uns zwischen diesen Marks aufgehalten, denn dort spawnen am Rande, also wirklich nur am Rande, spawnen diese Glimmkäfer, die ihr dann zerquetschen könnt. Das Ganze könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr sie einfach anklickt, mit Rechtsklick und das war es dann auch schon. Das müsst ihr halt immer wieder machen. Es kommt zwischen vier bis fünf Stück pro Schlafphase maximal und ihr braucht 15 Stück. Das bedeutet, ihr müsst mitzählen, am einfachsten ist es wirklich, wenn ihr nacheinander und nicht alle durcheinander im Teamspeak ansagt, wenn ihr einen habt und diesen anklickt. Und bitte nicht doppelt ansagen, wäre sonst etwas doof. Während der Phase zieht sie die grünen Grütze an sich, während der Drache also schläft. Ihr weicht dem grünen Gedöns aus und klickt anschließend einfach nur noch auf diese Insekten. Da sieht man eins, die sind leicht rötlich, hier ist auch noch eins, so rot-oranglich. Draufklicken, wenn ihr da seid, dann springt ihr drauf. Wir hatten im ersten Gang glaube ich nur drei, am Ende hat es genau mit 15 gepasst. Die spawnen auch immer wieder an den relativ selben Stellen, also hier ganz chillig. Zudem habe ich noch eine Weak Aura extra für euch, also wer Weak Auras 2 hat, kann die sich gerne downloaden. Link dafür in der Videobeschreibung, so wie für das Add-on. Allerdings zählt diese Weak Aura nur die Klicks, das heißt, wenn draufgeklickt wird auf diese Glimmkäfer, steht das im Chat. Den Chat seht ihr hier zwar nicht, aber das steht dann im Chat. Die Weak Aura ist jetzt nicht die beste, aber hey, hilft vielleicht immerhin. Kostet nichts, kann man umsonst mitnehmen. Nun gut, das Ganze müsst ihr mehrere Mal machen. Bis zu fünf Mal kann sich der Boss glaube ich vorm Enrage hinlegen und ihr müsst jede Phase einfach absolut ausnutzen, um die Käfer anzuklicken. Wie gesagt, wenn Phase 1 wieder ist, könnt ihr nichts machen. Der Bosskampf hat ziemlich lang gedauert, fast 10 Minuten, sieht man an der Länge des Videos. Aber was will man machen? Wir könnten den Boss zwar easy peasy umbürsten, ist aber nicht Ziel des Erfolges, sondern wir müssen halt einfach die Käfer anklicken. Und da es immer variierend, wie viele Käfer dort sind, muss man halt einfach warten. Wenn man Glück hat, legt der Drache sich nur dreimal hin. Ihr kriegt jedes Mal fünf von den Glimmkäfern und könnt diese zerquetschen. Dann habt ihr 15. Wir mussten glaube ich vier oder fünf Phasen über uns ergehen lassen, bis der Boss endlich gemeint hat, dass er sich endgültig ablegt. So, hier beginnt nochmal die Zwischenphase. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch einmal. Ihr könnt nach dieser Phase den kompletten Fight gerne, wenn ihr möchtet, noch zu Ende anschauen. Ich werde dann aber nicht mehr weiter zu euch sprechen, weil was gibt es hier noch groß zu erklären? Ja gut, die groß gewordenen Ads in der Zwischenphase meiden, die machen Damage an euch. Das kennt man schon, hier ist einer. Zack, einfach rechtsklick drauf und ihr springt drauf. Fertig aus. Wie gesagt, immer zählen laut und mehr ist das nicht. Einer der absolut einfachsten Erfolge an sich sind die Erfolge in dem kompletten Raid bisher relativ chillig und einfach zu machen. Locker an einem Raid-Abend nebenbei mitzumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns zum nächsten Erfolg. Euer Susako aka Leeroy. Tschüssi Kowski. Gehlt euch eurem Schicksal hin. Verstehra! 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 Wer das tut ihr? Der Zurück! Ihr waches Leben ist eine Krankheit! Das Leben ist eine Krankheit! 4, 3, 2, 1... Verzehrt! Wozu braucht ihr noch dieses Leben? Nein! Ich habe noch so viel zu tun! Der Zurück! 1 3 2 1 1 1 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017